Gemüse kann man ja auf verschiedene Art und Weise zubereiten. Eine geniale Zubereitungsart ist das Rösten im Ofen. Deswegen zeige ich euch hier mal gerösteten Blumenkohl aus dem Ofen. Teilweise mit Mozzarella überbacken. Oh, ein Hochgenuss kann ich euch sagen. Und wie ich den Blumenkohl geröstet habe, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Cookst du mit Kalle. Herzlich Willkommen! Für dieses Rezept braucht es nicht viele Zutaten. 1000 Gramm Blumenkohl, ich habe mich verfrischend, aber eingefrorenen entschieden. 100 Milliliter Olivenöl, 1 Teelöffel Oregano getrocknet, 1 Teelöffel Majoran getrocknet, 1 Teelöffel Koriander gemahlen, 1 Teelöffel Salz und Pfeffer. Zunächst wird der Blumenkohl in mundgerechte Stücke geschnitten. Aus den restlichen Zutaten wird eine Marinade gemischt, die kommt in eine große Schüssel und da kommt der Blumenkohl rein. Alles gut vermengen, sodass der Blumenkohl komplett mit der Marinade überzogen ist. Dann wird der Blumenkohl auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech gesetzt und der Rest der Marinade, die noch in der Schüssel ist, über dem Blumenkohl verteilt. Dann kommt er in den Ofen bei 230 Grad Ober- und Unterhitze und wird für 15 Minuten geröstet. Zwischendurch einmal wenden. Nach 15 Minuten wird das Backblech kurz entnommen und der geschnittene Mozzarella auf dem Blumenkohl verteilt. Und jetzt kommt das Backblech für 5 Minuten nochmal zurück in den Ofen. Dann kann auch schon angerichtet werden. Ich habe ihn als Beilage zum Backfisch genommen. Und mehr braucht es nicht für eine tolle Mahlzeit. Ein einfaches und schnelles Gericht. Weitere Tipps für einfache und schnelle Gerichte findet ihr hier oben in dieser Playlist. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.